servus liebe filmfreunde willkommen zu cinema will aus liebe zum film ja ich bin mal endlich wieder beim blu-ray shoppen gewesen im müller denn dort gab es zehn prozent auf das komplette sortiment und als ich dann dort angekommen war habe ich noch mal zusätzlich 20 prozent auf bereits reduzierte spielwaren entdeckt und da war natürlich auch einiges interessantes dabei gewesen vor allem zum thema star wars und da geht ja jedem fan das herz auf da muss man nicht kind sein um hier in dieser abteilung spaß zu haben einfach nur herz erwähnt was es hier alles für tolle sachen gibt ob von lego oder sonstigen anderen spieleherstellern zum thema film wie die ghostbusters und auch hier die kleinen lego dimension dinge haben es mir natürlich voll angetan egal ob von harry potter oder zurück in die zukunft sowie fantastische tierwesen und wo sie zu finden sind egal ob es batman ist oder auch hier rechts super nice et und ganz rechts außen noch a team ja auch das richtig geile teile et hier nochmal mit dem telefon nach hause telefonieren und dann unser ba barackos vom a team richtig toll auch hier super mario und diese acht bit figuren fand ich auch relativ super erfrischend lustig auch ein paar schlüssel anhänger natürlich von harry potter das thema darf auch nicht fehlen und game of thrones gab es in diesem wunderbaren laden und selbstverständlich auch die funko pops wobei man sagen muss dass hier der hype schon ein bisschen vorbei ist aber die gefallen mir einfach noch trotzdem ja wie gesagt ich war eigentlich zum blu-ray shoppen da und habe mich da mal umgesehen dieses tolle steelbook von kingsman ja barry seal auch ein cooles steelbook habe ich mir ja geholt aber noch nicht angeguckt und hier john wick 2 999 das steelbook ich meine aber die zweite auflage weil das war nicht geprägt falls ich mich da täusche könnt ihr mir es ja in die kommentare reinschreiben genauso ob ihr diesen film hier kennt also mir war der komplett neu aber das cover sah abartig geil aus und auch hier die zusammenfassung unten die beschreibung eine mischung aus stand by me stranger things und donnie darko klang natürlich recht spannend dann hatten wir hier noch ein mediabook von steven king's dead zone sowie the stuff star wars und sharknado ja die trash box auch richtig nice genauso wie die neuen pappschuber hier von der disney collection für mich aber ein absolutes no go dass die fsk-flatschen fest drauf gemacht sind und deswegen habe ich davon die finger gelassen natürlich gab es noch etliche steelbooks hier auch in der kinderabteilung auch schon teilweise richtig krass runter reduziert boss baby unten rechts so guckt mal was ich dann hier hinten dran versteckt hat will es ab 18 ja ob das jetzt hier so reinpasst weiß ich nicht genau auch da haben wir die tanker ich meine die manga section hier mit ein paar richtig tollen einblicken also ausgezeichnet genauso wie ein paar steelbooks hier wo man auch nicht mehr überall kriegt und dann natürlich auch ein paar raritäten und kuriositäten runtergezeichnete 799 ja was ist das eigentlich ein future pack glaube ich und underworld auch hier rechts habe ich da noch was entdeckt einen film der sagt mir auch überhaupt nichts what happened to monday mit numi rap paste wenn ich mich jetzt nicht täusche und ja falls ihr den film kennt könnt ihr es mir ja gerne in die kommentare schreiben dann war ich im 18er bereich und hier habe ich eine xxl unplugged box entdeckt mit einer scream maske inklusive wenn man sich die filme dann hinten anguckt natürlich das who is who des horror films da ist wirklich alles vertreten nur kein guter film dann haben wir noch chuck norris sowieso ab 18 das wissen wir alles massaker box und was es nicht gibt dann dealer hier im steelbook mit dem pappschuber drumherum runtergezeichnet auf 599 und ja ich sage es jetzt schon vorweg auch wenn ich hier spoiler habe ich mir nicht gekauft ich konnte mich trotzdem nicht überwinden diesen film mitzunehmen ich weiß nicht wieso aber der macht mich einfach nicht an vielleicht täusche ich mich da ja ihr könnt es mir in die kommentare schreiben 799 für das hardcore steelbook 1799 für das zensierte aber trotzdem richtig hübsch aussehende hatchet trilogie steelbook da kommt ja jetzt der vierte teil raus eine review gab es da bereits schon bei meinem kumpel andré alias der frotzler guckt mal bei ihm vorbei er hat den film schon gesehen und ich freue mich da auch schon richtig mega drauf auf den film kann ich in zukunft verzichten habe ich mir ja im zuge meines horror oktober gegeben und der war so gut dass ich ihn gleich nach der sichtung verlost habe dann habe ich noch was entdeckt das sagt mir auch überhaupt nichts was pascher trilogie von niklas winding reffen ja dieser zungenbrecher von einem regisseur hier drei teile ist ja auch eine trilogie macht sind aber sagt mir überhaupt nichts vielleicht könnt ihr ja ein paar worte dazu unten in die kommentare rein schreiben falls ihr denn das kennt nach einem blick auf meine schicken neuen schuhe werfen wir jetzt einen blick auf dieses media book von night of virgin klingt eigentlich relativ witzig der titel unwitzig geht es anscheinend im film selber zu naja wer es mag der kann sich das ja mal geben ich sehe davon ab und dann habe ich noch ein paar media books von phantasm entdeckt und da gibt es ja anscheinend irgendwie probleme mit der blu-ray da habe ich was mitbekommen da gab es was beim sascha kobretti auf dem kanal ich kann mich jetzt aber nicht mehr ganz so entzünden was da los war vielleicht wisst ihr da ja mehr und könnt auch hier zu diesen ja film was sagen she borg was für ein titel aber das cover ist richtig geile retro gucken wir uns mal die rückseite an hier links die dame okay also da scheint auch sehr trashig zuzugehen und ja vielleicht kennt ihr ja den film und könnt dazu kurz was sagen killer clowns from outer space müssten eigentlich die meisten kennen aber diese dicken media books machen mich überhaupt nicht an genauso wenig wie diese kinky boots ja auch wenn es schön rot ist und glitzert rot ist ja die farbe der liebe aber hier verzichte ich drauf 799 für ein tatsam steelbook plus zehn prozent also da könnte man da auch schon zuschlagen wenn man nicht wie ich das sich für den dreifachen preis bereits gekauft hat es im steelbook habe ich mir vorher schon in einen anderen laden besorgt gehabt und zwar zwei tage vorher und für zwei euro billiger also passt das schon dann haben wir hier noch eine box get out split wo wisst und an und user mit einem richtig coolen lenti effekt vorne drauf fand ich jetzt auch mal hier zeigenswert denn ich weiß nicht ob es das überall gibt ja blade runner dürfte es überall geben genauso wie blood father und dann hätten wir noch colors ein richtig starker film und auch hier die media book variante gefällt mir sehr gut wobei ich sagen muss dass mir dieses vhs cover besser gefällt dann haben wir noch ein paar media books auch hier the boy guckt mal 12 99 schöner preis und da annabelle zwei im richtig schicken steelbook angeblich schon überall fast ausverkauft glaubt man die titelbeschreibungen hier auf ebay wo schon bereits das doppelte dafür verlangt wird im zuge der 10 prozent aktion könnte man sogar noch für 20 euro haben deswegen lasst euch nicht forschen dann würde ich sagen legen wir direkt los mit dem video und schauen dann mal was so alles ins haus gewandert ist zuallererst beginnen wir mit dem spielzeug ich bin einfach nicht dran vorbei gekommen an diesem coolen c3 po richtig geiles teil der war zehn euro zuzüglich dann noch die zehn prozent rabatt aktion fand ich einfach mega das teil ich erspare es mir jetzt das ganze herauszuholen aus der verpackung sonst dauert das video ewig und dann habe ich natürlich den hier noch mitgenommen den stormtrooper hero measure so nennt sich das ganze auch ein richtig cooles teil mal gucken ob es in meine filmsammlung wandert als deko artikel oder ob der sohnemann oder die tochter damit spielen dürfen da werden wir noch eine runde knobeln wahrscheinlich und dann bin ich auch an diesen coolen teil nicht vorbeigekommen einfach nur herrlich et lego ja et nach hause telefonieren echt cool auch hier erspare ich es mir das ganze aus der verpackung zu holen wie man sehen kann hat man das telefon auf der einen seite und dann noch so ein blaster hier also richtig cooles teil wahrscheinlich im monatsübersichts video gibt es dann das ganze zusammen gebastelt ja während wir jetzt noch beim thema kinderspielzeug sind habe ich dann noch im zuge für meine kittys auf jeden fall das hier noch mitgenommen und zwar könig der löwen teil 2 ja den hatte ich noch nicht 11 99 plus 10 prozent alle taschen rechner raus dann wisst ihr es und zwar in der special edition ja mal gucken dass wir es aufkriegen so dann können wir es ja mal hier rüber halten ja so schaut das ganze aus hinten die technischen daten drauf eine normale blu ray mray hier gibt es auch noch ein disney und moore code aber ich glaube die gehen sowieso nicht mehr falls doch schenke ich euch den natürlich gerne gratis wie man sehen kann gibt es hier leider kein wende cover aber das ist jetzt überhaupt nicht tragisch wieso dazu kommen wir gleich ich habe mir in dem zug dann noch mitgenommen teil 3 hier ebenfalls in der special edition und dann geht das ganze auch recht zügig auf es gibt zwar eine lasche hier unten aber irgendwie kriege ich das irgendwie nie hin von daher gucken wir uns auch diese version mal an ja so die rückseite technischen daten hatte ich auch noch nicht in der sammlung hoppala da fliegt die blu ray auch schon raus also okay hier haben wir die blu ray hier haben wir den disney code schenke ich euch wieder wie gesagt das ganze können wir dann entfernen ja und jetzt habe ich dann endlich alle drei teile gemeinsam denn den ersten teil hatte ich schon und zwar im zavi exklusiven steelburg in der disney collection hier noch ovp ihr wisst es ja meine disney collection von zavi man sieht hier am geprägten titel die ist noch komplett ovp ja bleibt es auch lassen wir mal kurz hier denn ich habe hier noch eine weitere version von könig der löwen und zwar ist es auch so ein viva metal case hat zwar ein zwei kleine beulen aber ich finde das teil so was von tierisch geil hat auch eine super geile prägung hier unten sieht man leicht die beule okay kann man mal versuchen auszubeulen und irgendwo am rand ist hier noch eine aber ich finde das teil so scharf guckt euch mal die prägung an richtig nice rückseite ist genauso wenn man sich denn hinstellen würde dann kann man es mit der rückseite nach vorne hinstellen und man hat keine dälle von daher fand ich das jetzt nicht so tragisch und hier habe ich schon den ersten teil bereits drin wie man sehen kann mit technischen datenblatt und hier ist noch so ein halter für zwei weitere teile ja und da kommt dann jetzt einfach der dritte teil rein so und dann tun wir hier den zweiten teil rein so ja und somit habe ich wenn ich das technische datenblatt raus zu eine richtig geile edition die auch nicht so jedermann in seiner sammlung hat ja mit teil 1 teil 2 und 3 falls sie euch noch für den innendruck interessiert lasst mich mal schnell gucken tun wir das hier wieder raus so schaut der innendruck aus von diesem metal case so also echt eine coole sache und hat nicht jeder finde ich auch mal was richtig tolles macht doch auch richtig was her hier kommt noch das datenblatt rein vom ersten teil und ich werde mir dann von den anderen beiden teilen das auch so ausschneiden und dann passt es meine eigene version von könig der löwen ja teil 2 und 3 habe ich doch gar nicht gesehen freue mich schon mega drauf wenn es dann dran geht mit den kindern sich das ganze anzugucken so so viel zum thema auch mit kids jetzt machen wir einfach mal weiter und dann gab es nämlich hier noch dieses steerbook 999 von mace runner die auserwählten jetzt geben wir mal ein bisschen gas hier denn der papa schwätzt wieder viel zu viel hier wieder mit meinem zahnstocher weil die j card hier aufgeklebt ist mit so einen runden babble so ging aber problemlos hier haben wir das technische datenblatt aber ich denke sowohl das steerbook als auch der film oder die filmreihe ist genüglich bekannt von daher schreiten wir einfach mal zur tat so schaut dieses schicke steerbook aus echt cool schöne prägung auf der vorderseite ja macht richtig was her guckt es euch mal nochmal an falls ihr es doch noch nicht gesehen habt ja also echt cool matt gehalten wie man sehen kann und die prägung ist echt klasse die rückseite ok kreativ kreativ aber wenigstens passt der gesamtlook dann kommen wir zur innenseite und hier weiß ich gar nicht ob dieser digital copycode noch gültig ist weil es ja doch schon ein älteres steerbook ist aber für alle interessenten halte ich dennoch mal hier rein ich denke so kann man schon erkennen jo dann können wir das ganze noch rausnehmen und ja ist jetzt auch vom innendruck nichts weltbewegendes aber den film für 9 euro im steelbook in der sammlung ist doch auch eigentlich ganz hübsch und schön ja den digital copycode kann ich eigentlich gleich wegwerfen dann weiß ich schon dass der benutzt wurde und fertig so kommst du hier rein dann haben wir auch das und jetzt kommen wir dann noch zu einen comedian den habe ich letztens auf youtube gesehen zurzeit sehe ich mir immer so ein bisschen Comedyprogramm rein um ja abzuschalten von der arbeit habe ja einen neuen job und ja als quereinsteiger tut man sich da natürlich schwer neuer job aber es ist ein geiler job muss ich echt sagen macht richtig viel spaß cooles produkt echt mega coole kollegen aber man tut sich halt schwer und von daher kommen auch in letzter zeit zu wenig videos aber sobald ich mich da etwas eingelebt habe geht es dann natürlich wieder besser und gibt es auch wieder mehr videos jo hier haben wir es ein comedian kann ich wirklich nur empfehlen ich mag die Art sehr ist aber nicht jedermanns Art und jedermanns Humor Markus Krebs könnt ihr euch auch auf youtube geben das ist jetzt so ein kleines digipack was ich schade finde ist dass hier der FSK Flatschen wieder fest aufgedruckt ist wenn wir das ganze aufmachen haben wir das teil dann von innen ja und hier nehmen wir die Desk raus um uns das Artwork noch drunter anzugucken ist halt ein Ausschnitt von einem Live Konzert okay so sieht es aus wie gesagt guckt doch mal auf youtube vielleicht gefällt es dem einen oder anderen ja mal was anderes als die üblichen verdächtigen an Comedians so dann kommen wir zu einem Mediabook das habe ich so ein bisschen beim Stülpern entdeckt und ja Film alt aber cool und Mediabook fühlt sich richtig geil an also sogar durch die Folie hier man sieht es 1999 da zieht er jetzt 2 Euro ab dann haben wir 18 Euro für dieses Mediabook und den Film echt cool dann schauen wir mal was uns hier erwartet so hier hinten haben wir noch ein technisches Datenblatt drauf so ich hoffe man kann es gut erkennen so meine lieben Freunde das tun wir mal zur Seite hier rüber und was für eine krasse Oberfläche also das ist hier so wenn man drüber geht mit den Fingern rau wie Sandpapier und dann kommt diese Glitzerfolie hier also hier der hintere Bereich hier ja mit den Bergen ist rau wie Sandpapier und hier der Schriftzug sieht man auch wenn man es hier im Licht ein bisschen wendet von der Softbox wieder spiegelt da ist dann Hochglanz mit drauf also fühlt sich wirklich abartig geil an genauso verhält es sich hier hinten auf der Rückseite auch hier wieder dieses Sandpapier und Hochglanzfolie so lackiert echt mega wir schauen uns mal das Gesamtkonzept an hier fliegt noch schon Werbung raus so dann haben wir hier so das Gesamtkonzept schaut echt gut aus kann man nicht meckern Leute und dann kommen wir einfach mal zum Innenteil hier zeige ich euch noch hier war ein bisschen Werbung von Oldboy da gab es ja auch ein exklusives Unboxing von mir auf dem Kanal einfach mal reingucken so und dann haben wir hier jetzt das Media Book hier haben wir die Disc wenn wir wollen tun wir die Disc mal raus und dann sehen wir hier dass der Innendruck so richtig ineinander übergeht ja vom Disc Bereich bis hier zum Booklet also schaut schon echt mega cool aus ja und dann gucken wir uns mal das Booklet so schnell durchlaufen ein bisschen an ja also hier mit Bildern schönen Text die Seiten fühlen sich auch richtig wertig an also schönes dickes Papier ja so guckt doch mal und hat auch einen richtig schönen Booklet Anteil also nicht nur einfach ein paar Bilder reingeklatscht sondern wie ihr sehen könnt ist hier richtig viel an Text dabei und auch an Bildern wurde nicht gespart so wie ein richtig cooles Media Book eben sein muss und hier geht es dann weiter guckt euch mal den Booklet Anteil an also echt cool ja und dann kommen wir zur Rückseite hier haben wir dann die DVD drin und auch hier sehen wir dass das so ineinander übergeht schaut schon echt klasse aus so wenn wir es ganz haben ja man sieht vorderes Motiv hier rüber Backmotiv hier rüber richtig schickes Teil also cooler Film Cape Light mal wieder mit einem tollen Media Book also die hauen ja sowieso richtig geile Sachen raus und ja kann ich jeden nur empfehlen richtig schönes Teil ja Runaway Train so meine lieben Freunde das war es dann aber noch nicht gewesen ich tue jetzt hier mein Datenblatt noch mit rein so das ganze hier verrutscht immer ein bisschen als nächstes als nächstes noch ein Media Book 17,99 und auch ein richtig geiles Teil wollte ich mir schon länger kaufen habe es dann aber irgendwie sein lassen keine Ahnung wieso weshalb warum und Müller entdeckt und dachte mir jetzt kannst du zuschlagen mit den 10% hat es sich dann eh gelohnt kam glaube ich auch zu so einem Preis von 25 Euro raus oder so und jetzt dann nur noch 16 Euro umgerechnet also ein richtig schönes Teil Hochglanz hier wie man sehen kann im Licht aber das Motiv ist echt mega klasse ich liebe solche gezeichneten Motive ja ich muss ein bisschen drehen wegen der Softbox geiles Teil also HP Lovecraft From Beyond und The Resurrected Double Feature Movie jo hier die Rückseite vom Media Book mit den ganzen technischen Daten ich denke auch hier gab es schon unzählige Unboxings dazu von daher werde ich mich jetzt für meine Verhältnisse kurz halten wir machen es auf so schaut das Ganze aus ja hier haben wir die Disc die Disc tun wir runter dann sehen wir oh kein Artwork drunter naja macht nichts nicht so schlimm dann haben wir hier den Booklet Anteil auch hier wieder sehr wertiges Papier meine Freunde sehr viel Text also da könnt ihr euch einlesen schöne Bilder ja und ist jetzt nicht der größte Booklet Anteil ja aber passt schon vollkommen ausreichend und hier hinten haben wir dann noch die Disc von The Resurrected die schaut ja mal auch richtig klasse aus Hammer Hammer ich liebe diese Motive echt cool und unten runter haben wir jetzt hier ein Motiv pop pop so ja also das war auch dieses coole Double Feature Media Book auch das jetzt endlich in meine Sammlung gewandert da bin ich richtig froh und happy damit und ab nach unten mit dir jo dann habe ich noch ein anderes Media Book entdeckt auch das sah richtig klasse aus kenne ich aber nicht den Film muss ich ganz klar sagen aber da habe ich mich jetzt mal vom Motiv und auch von der Beschreibung hinten drauf leiten lassen ich packe es jetzt einfach mal aus weil sonst spiegelt es wieder mit der Folie ok und ja dann haben wir das ganze gleich am Start hoppala so Super Dark Times in einem super mega geilen Media Book ja so schaut das ganze aus das gucken wir uns gleich näher an also guckt mal hier das sieht doch richtig klasse aus auch hier wieder ein richtig schönes gezeichnetes Cover Motiv also absolut super von der Rückseite her ok ok aber ob jetzt hier die Credits aufgedruckt sind hier halte ich euch mal das ganze äh rein ja oder einfach nur so ein Spruch Super Dark Times also der Titel ähm ja kann man mögen muss man aber nicht so dann machen wir das ganze mal auf ok so schaut das von innen dann aus ja so Super Dark Times nochmal hier auf dem Booklet Anteil dann haben wir hier die Disc wollen wir mal gucken ja kreativ kreativ das schwarze Loch oder es spiegelt sich die Softbox drin könnt ihr nehmen wie ihr wollt ok aber dann kommen wir zum Booklet Anteil selber auch hier richtig krass das ist jetzt aber kein Hochglanzpapier sondern matt gehalten finde ich jetzt einen schönen Kontrast zum Cover wie man sehen kann gibt es hier auch sehr viel zu lesen ja ja und das ganze klingt super spannend auch von der Inhaltsangabe her ich kann euch das ganze nochmal vorlesen hier haben wir nochmal die technischen Daten drauf und hier hinten haben wir dann was ist denn das genau die DVD ok ich dachte vielleicht gibt es jetzt hier eine Art Bonusdisk oder ein Soundtrack das wäre ja auch mal wieder fett aber leider gibt es das nichts und leider haben wir hier darunter auch nichts also von daher nur von der Front von vorne hübsch sozusagen aber Charakter zählt ihr wisst es und das ist auch ein richtig tolles Booklet und hier geht es ein fesselnder Mix aus Stand By Me und Donnie Darko unvergesslich packend bewegend und ja ich werde dazu eine Review machen wahrscheinlich kommt definitiv und da werde ich mich dann noch ein bisschen zur Story äußern und ja also ein richtig hübsches Teil jo und last but not least jetzt richten wir mal schön das Mikrofon wieder ja last but not least habe ich was aus der Trashkiste gezogen und zwar Sharknado ja ich weiß ich weiß ich weiß jetzt gibt es wieder 100 Daumen runter boo aber ich liebe diesen Trash ich liebe nicht jeden Trash aber Sharknado gehört definitiv dazu dass man sich einfach geben kann wo man eine richtig tolle Zeit verbringen kann und ja 17,99 ich sehe jetzt gerade dass das hier die DVD Collection ist wer die Filme kennt weiß dass man da definitiv auf die Blu-rays pfeifen kann von der Bildqualität wobei es ja da auch eine Blu-ray mit 3D gibt die habe ich ja schon zuhause auch mal aus so einer Trashkiste ich glaube beim Saturn gezogen für 3 Euro oder so aber jetzt hier mal diese schicke 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 Box ich habe ja auch das Steelbook von Zavi und so also mir gefällt der Quatsch guck mal hier Hochglanz richtig geile Prägung auch von dem Ding und auf der Rückseite haben wir dann was alles enthalten ist in dieser Box also da ist wirklich einiges geboten und jetzt dann ja für 16 Euro unter 16 Euro kann man absolut nicht meckern bei dem Preis für die Filme wenn man denn auf sowas steht ist ja ganz klar wenn nicht ist das rausgeschmissenes Geld für absoluten schon ist okay wenn ihr das so seht ich sehe das anders wir haben hier noch ein paar Postkarten ja so schaut dann die Rückseite aus dann haben wir noch eine Postkarte von Sharknado 2 Rückseite sieht genauso aus so dann haben wir natürlich noch Sharknado 3 das sind so irgendwie die Cover Varianten ich finde die Cover auch absolut super gelungen also echt mega klasse und Sharknado 4 The 4th Awakens in Anlehnung an Star Wars Episode 7 The 4th Awakens und jetzt fehlt mir ja eigentlich nur noch Teil 5 aber da warte ich bis der mal im Preis fällt hier haben wir die Disc so werden die geliefert in so einem komischen Case ja wer es mag okay bitteschön und ja die kann man eigentlich so rausnehmen das war's mich würde jetzt interessieren wo dieser Bonusfilm mit drauf ist oder gibt es hier noch was was man rausnehmen kann ich guck es mir gerade an nö oder ist hier unten noch was versteckt nö hier unten ist nichts versteckt aber da könnte man was verstecken hier haben wir noch eine Art Samt Bezug hier also gar nicht schlecht gemacht ist okay und für den Preis ist es nice aber ich muss jetzt mal gucken Sharknado Ultimate Collection jetzt komme ich drauf auf der ersten Disc ist Sharknado 1 und 2 drauf okay jetzt auf der zweiten Disc haben wir Sharknado 3 und Sharknado der ganz normale Wahnsinn so denkt mir es sind 3 Disc und sollten eigentlich 5 Filme sein dann haben wir hier Sharknado 4 und 2 Headed Shark und 3 Headed Shark also da musst du schon ein gescheites Kraut rauchen damit du hier Spaß hast nein ich mag den Quatsch aber so 2 Headed Shark 3 Headed Shark ist jetzt dann auch nicht unbedingt meins aber Danny Trecho spielt halt mit der allein ist es ja eigentlich schon immer wert sich diesen ganzen Müll anzugucken Jo meine lieben Freunde also das war es dann mit dem Müller Update ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen war jetzt mal auch wieder ein bisschen anderes Video als sonst so üblich und ja ich denke mal das nächste Video wird nicht mehr so lange auf sich warten lassen in diesem Sinne einen wunderschönen Tag vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal und Servus Servus